Es geht los, es geht los. Freestyle Edition Top 1. 2011! So ein scheiß gesabter Park in Ofterswang, aber es tut's für den Nachmittag. Wir sind wie gesagt in Ofterswang. Wetter. Wetter ist super. Da oben ist immer ein Funpark. Und die Sonne. Und Sonne. Und gleich geht's los. Gleich geht's los, gleich geht's los. Man braucht natürlich wie immer nicht ganz hoch fahren, weil es ist ja voll asozial. Das Stück Piste kann ich scheißen. Wir tricksen da ein bisschen und dann kommen wir schnell zur Sache. Ich muss pissen. Erinnere mich nicht dran, sonst muss ich auch pissen. Skifahrer Type 1 auf der Piste. Bail! Klarer Fall von Fail. Juhu! Irgendwas für YouTube! Jawoll! Ja, ja, dann haben wir schon wieder die Skifahrer. Packet die scheiß Bomben, das Rutscher geht nicht mehr auf den Sack, ey. Juhu! Juhu! Jetzt geht's ab! Schau, dass ich schön langsam fahre, dann fühle ich dich. Hey, ich muss jetzt schauen, dass du mir nicht beim 7G unstickt, weil es kommt voll peinlich und so. Ja, ja. Juhu! 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 Hier ist Valentin Hüll. Juhu! Nehmen wir gleich los! Los geht's!